In den Frühzeiten des bundesweiten erstklassigen Fußballs in Österreich waren nur selten Vorarlberger Vereine über längere Zeit in der höchsten Spielklasse tätig. Da überlegte man sich im Sommer 1973 ein neues Konzept. Als Rezia Bludens Aufstieg fusionierte man mit Schwarz-Weiß Bregenz. Wie hieß der Verein, bei dem Bruno Betzer, Erwin Fuchsbichler oder Dolphy Blutsch, Last Legende, wir erinnern uns, die mit Australien im Background, kickten A. Spielgemeinschaft Lende, B. Spielgemeinschaft Bregenz-Bludens, C. FC Vorarlberg. B. Spielgemeinschaft Bregenz-Bludens, C. Nein, es ist tatsächlich kein FC Vorarlberg gewesen.